Einzigartig ist ein Bewusstsein für Tradition, dort wo sie sinnvoll ist, gepaart mit Innovation, dort wo sie notwendig ist. Also lernen von denen, die sozusagen neue Player im Mediengeschäft sind, da wo es Sinn macht und die Werte bewahren, die wir in den vergangenen hunderten Jahren für uns als wichtig bewahrt haben.